Ist das die nicht von Crayskull? Ja, ja, die gehört aber nicht zu dieser Shearer-Reihe. Schönen guten Tag. Wir sind hier wieder auf einem Parkplatz-Flohmarkt, etwa um die Mittagszeit, waren vorher auf einem Dorf-Flohmarkt und irgendwie habe ich das Gefühl, die Reihenfolge wäre andersrum besser gewesen. Wenn ihr mal schaut, was da so alles liegt, Ariane hat ja da auch schon einiges an Mask beiseite genommen. Ich glaube, das war zwei, drei Stunden vorher ein richtiger Highlight-Stand. Du kannst dich an jedes deiner Spielzeugautos erinnern, was du hattest. Ich bin schon viel krank, nicht? Das ist halt ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich. Ich lasse das einfach mal so stehen. Das ganze Lot hier mit Mask und den Autos und McDonalds-Sachen gab es dann für zwei, drei Euro. Dieser Stand hier ist auch für mich neu, da war ich nicht mit dabei. Und hier gibt es zunächst mal Kassetten, da ist ein Knight Rider, Benjamin Blümchen, A-Team und eine Remus, mein kleines Pony-Kassette. Ja, die Motto Origins siehst du tatsächlich sehr häufig auf Flohmärkten heutzutage. Weiter geht's mit Aufklebern, also ich glaube, in diesem Stand gibt es echt alles. Ich erinnere mich noch dran, als ich da, ja, mit Mühe und Not mir ein paar Aufkleber mal zusammen gesucht habe auf so einem Flohmarkt und sie schreibt mir dann zur gleichen Zeit eine WhatsApp. Geilster Flohmarkt ever! Mega-Treff in OVP für 20 Euro! Und ich stehe da mit meinen Aufklebern, das weiß ich noch. Das ist gut. Das ist alles gut. Was kostet bei euch eine Kassette? Welche haben sie denn da? Diese hier. Für die hätte ich gern fünf. Okay, habt ihr noch andere Sachen von den Ponys, oder? Nee, leider nur die. Okay. Das hier? Das ist ein Pokémon-Aufkleber drin. Das ist schon auch gern drei. Okay. Jetzt braucht man die Dach. Hm. Ich hab die schon, deshalb... Ihr seht, es gibt auch einiges an Motto Vintage hier am Stand. Ich denke mal, das ist hier ein Sammler, der doppeltes aussortiert und dann halt hier verkauft. Hast du irgendwen anders mitgenommen? Was ist das hier? Das hab ich noch nie gesehen. Was heißt für Figurchen, das war mein Name? Was ist das? Das kenn ich nicht. Also ich kenn ja schon viel. Das ist Mami's Alive. Wie heißt das? Mami's Alive. RTL 2, 90er Jahre. Zeichentier-Serie von Disney. Sie sind Figuren dafür. Okay, das sagt mir gar nichts. Ihr habt nichts zufällig von Bravestar? Bravestar hab ich nur mit Postcard. Achso. Da fehlen mir nämlich noch Figuren. Ja, nee. Nee? Da brauch ich noch Figuren. Habe ich das richtig verstanden? Eine Bravestar-Postkarte? Die hätte ich gern gesehen. Okay. Können Sie den suchen? Oder ich weiß, ob das schon weg ist. Ich hab den selber gar nicht. Ich glaub, ich hab drei oder vier Figuren von der Serie bisher. Ich hab den Hügel im Hut noch üblich raus. Haben Sie auch die Mami's Alive? Ja, die hat die. Ich hab die alle schon. Das hat die Mami's Alive. Wie viel ist die Mami's Alive? 5 Euro. Was ist das hier? Das hat mir nichts. Schira auch nicht, ne? Nee, Schira gar nichts. Ach, das findet man ja nie. Das ist ja schrecklich. Hab ich einmal... Ich hab's auch nur zwei oder dreimal auf dem Sturmagel gesehen. Wer hat eigentlich die Leute mit Harry Potter angefixt? Wer hat diesen alten Schinken ausgegraben? Gerade in der zweiten Saisonhälfte hab ich das öfter mitbekommen. Das war so ein bisschen wie Phase 10 oder so. Na, dass plötzlich alle Bock hatten zu lesen und nahm sich Harry Potter mit. Ja, man merkte schon, irgendjemand hat da diesen alten Rieseler-Trick aufgewärmt und die Leute haben's nachgemacht. Das war schon sehr auffällig häufig, dass nach Harry Potter-Büchern gefragt wird. Ach, schade. Wo ist denn? Wo ist denn? So, jetzt machst du die Pläne selbst raus, wieder an und von vorne. Na gut, dankeschön. Einen schönen Tag. Danke, okay. Ich muss um 10 Euro machen. Ja, ja, mach mal. Ah! Gut, wenn ich dich von oben filme. Ne? Was? Ist immer gut, wenn ich dich von oben filme. Ja, ich mach das. Ich mach meine Pläne. Das ist mir alles so... Ach, Quatsch. Guck, alles nass. Mimimi. Oh, heiß. Eine heiße Braut. Endlich ist die Braut. Puh, das ist ja echt nass. Ich dachte, du stellst dich so an. Nein, nein, wirklich. Nee, es war wirklich ein bisschen unangenehm anzufassen. Es war irgendwie so feucht. Da war teilweise noch Laub mit drin. Nee, ein bisschen mehr Mühe irgendwie. Obwohl da eigentlich coole Sachen drin waren. Da war ja einiges aus den 80ern mit bei. An sich schön, aber... Guck mal. Was ist das? Das ist ein Ü-Ei. Ein Kuno oder was? Noch nie gesehen. Da waren teilweise auch mal... Was ist das? Was ist das da runter? Nein, ich sehe nur diese nassen, schwarzen Schwerde. Ich würde diesen dober Fett mitnehmen. Da ist das... Das hat schon mal alles so... Alles so... Nass. Mh. 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 Schau mal um gleich. Mh. Mh.... Mh... Mh. Mh. Das hört sich aber nicht mal gut aus. Das geht ja, wenn die dann auch schön sind. Das ist 90er. Ich suche immer noch die Micky-Moss-Bettwäsche in dem Stil. Mit Micky und Mini. Oh, Schlafparty. Wie nennt man das? Pyjama-Party. Schlafparty. Schlafparty. Wie kommen wir nur eine Schlafparty? Weil da wird nicht geschlafen. Und ich... Das waren auch nicht geschlafen. 1 Euro. 2 Euro, 4 Euro. Echt schön. Guck mal, die sieht aus wie ich, wenn ich in den Spiegel geguckt habe. Meine Haare aussehen wie jetzt. Und dann... Schrei und Spiegel-Ping. Ach so? Ne, das ist ja nicht. Ja, nach rechts. Hallo. 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 Ach so, die hat sich da. Hallo. Ach so, die hat sich da. Holla. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, was soll einer dieser Monchi-Cheese kosten? Monchi-Cheese. Na, was sollen sie denn kosten? Was soll so ein Monchi-Cheese kosten? Das kommt drauf an. Also die kleinen sind 8 Euro. Aha. Die größten sind 10 Euro, die zwei. Okay. Und die sind 20 Euro. Okay. Wie du es schon in der Stimme hören kannst. Was soll die kosten? Monchi-Cheese. Aha. Ja. Oder den hier. Das sind Schildbrüchbrüchen und Steifttiere. Hallo. Ach wie cool. Ne, das hier hatte ich gesehen. Hier schaut Ariane für mich nach Playmobil. Aber ich sehe da was ganz anderes. Und da kommt mir so ein bisschen Pipi in die Augen. Benni, halt dir bitte Augen und Ohren zu, bis Elli dir Bescheid gibt, dass du weitergucken kannst. Ihr seht die Tüte mit den Klemmbausteinen, wo das gelbe Zelt drauf liegt. Und die hätte ich sofort mitgenommen. Ach Gott, die kann ich auch noch. Die suche ich tatsächlich auch seit einiger Zeit. Kann Ariane nicht wissen. Und ich hatte die selber bis vor, ja ich glaube zwei Jahren oder so, selber nicht auf dem Schirm. Die sind teilweise aus den 70ern. Konnte man schöne Burgen mitbauen. In so einem Marmor-Look, sage ich jetzt mal. Ja, schade, aber irgendwann kommt er schon. Mit der Zeit kommt alles. Maximal fünf Euro. Maximal. Maximal. Bitte schön. Achso. Magda, aber dann. Aus Wiel. Haben Sie da, das ist das auch von Ihnen? Ja, ja. Haben Sie da auch Hörspiel-App ist oder ist das alles nur Musik? Ich glaube, das ist alles nur Musik. Ja? Ja, ja, das ist keine Hörspiel drin. Schade. Ich suche mal Benjamin Blümchen aber. Achso. Achja, bevor ich die alle durchgucke. Ne, ne, ist nicht. Ach, ist ja schlimm. Ich habe mir gerade neue Angezungen gekauft und rege mich darüber auf, dass ich die schon kaputt mache. Nur kann ich nicht tragen, weil ich habe so den Halux. Ja, davon habe ich aber auch den Beginn schon. Ja, scheiße. Ja, ja. Ich muss immer. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Immer dieses Zwischenzei-Ding. Ach, das ist doch Schlimme. Das kann ich überhaupt nicht vertragen. Wenn ich das an engen Schuhen trage. Ja, richtig. Richtig. Dann sag ich doch. Das kann ich überhaupt nicht. Ja. Ich boke weit. Ja. Hier haben wir noch goldene Sachen. Danke. Viel Erfolg. Einen schönen Tag. Ja, danke. Ja, danke. Aber der hält ja nun extrem. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist Justine. Was ist sie? was wollen sie hier für den haben was wollen sie für diesen ja ja nehme ich dir mit aber ich gucke noch ein bisschen ob ich noch was noch so ein krachmacher haben sie den nicht gesehen was wollen sie für den zur wir haben dann wissen sie ob dennoch funktioniert oder ganz willig wie süß perfekt sehr schön ja dann nehme ich den mit ja wunderbar ja 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 Anna, die das gerundet ist. Die Kirche ist in der Kirche. Ja, hier waren vermutlich einige Serien schon komplett mitgenommen worden. Der hat einen sehr guten Preis. Sehr schön, mal solche Mengen zu sehen. Oh, das habe ich nicht. Ich habe noch nie eine live gesehen. Ich muss mal gucken, ich glaube, den hier habe ich noch nie gesehen. Die sind auch seltener geworden. Der klebt aber in den 80er Jahren. Ja, Shira habt ihr aber nicht. Nur die hier. Ich habe noch ein paar. Der klebt ein bisschen. Ja gut, das ist Zustand. Ja, das weiß man aber. Die anderen habe ich. Moment. Ist das die nicht von Crayskull? Ja, die gehört aber nicht zu dieser Shira Reihe. Das ist ja die Schwester. Da hinten ist nichts Weibliches mehr drin, weil Evelyn ist schon draußen. Die hätte ich doppelt. Was nennt ihr für die? Oh, die muss ich sagen, die ist tatsächlich teuer. Die kommt 50. Das Gefieder vorne war tatsächlich sehr schön. Da liege ich noch weit drunter. Ja, weil die meisten sagen 70, weil der Zustand ist einfach ziemlich gut. Naja, ist noch viel. Man hat zwar leider Gottes der Stab, der fehlt. Ja. Aber Fehlteile hast du bei denen gefühlt so gut wie überall oder du nimmst wirklich viel Geld in die Hand rein. Also ich bin schon froh über Fahrzeuge und über die Figuren. Was nimmt der denn für die Spyder? Da brauche ich einen Fuffi für. Aber da haben sie sich wahrscheinlich schon gedacht, weil die steht im Netz Minimum mit 80 aufwärts. Ja, ja. Ja, deswegen. Also ich sage, da bin ich tatsächlich schon Schmerzensgrenze. Leider fehlen hier die Augen der Spyder und die Bläste sind abgebrochen. Also ich suche zwar Shira, aber gucken kann dich ja mal, von denen fehlen ein paar. Ich wollte auch was sagen, einfach mal unverbindlich drüber gucke. Sie waren noch lachend. Das sind teilweise Figuren von mir früher. Also da ist noch Beastman dabei, Evelyn nochmal in einem schöneren Zustand. Na, hab ich alle. Komme ich nicht auf den Namen. Chris. Genau, genau. Skeletor habe ich noch. Und den Kamerad habe ich noch, wenigstens mit großen Panzer. Und mit. Ich habe mich damals leider im Spielwarenladen gegen die Spyder und für ein Blasterhawk entschieden, weil der ja so toll die Disks abschießen konnte. Halbe Stunde später war das Feature schon kaputt. Ich hoffe auf Mattel Creations. Was man nicht alles auf dem Flohmarkt findet. Würdet ihr euch sowas irgendwo hinstellen? Mein Mann ist dafür zuständig. Ähm. Das kenne ich nicht. Ja, die hatten... Während ich hier in der Kiste krame, nutze ich mal die Zeit, noch ein paar allgemeine Dinge zu sagen. Die Saison 2024 ist da jetzt praktisch beendet. Die Rheinaue, einige Parkplatz-Flohmärkte und natürlich auch Dorfflohmärkte sind bereits in die Winterpause gegangen. Bei uns selber würde es, wenn ich das richtig sehe, noch zwei Videos geben dieses Jahr und eventuell machen wir auch was im Dezember. Aber ansonsten war es das ja schon wieder für dieses Jahr, für die Flohmarktsaison und deshalb möchte ich nochmal darauf hinweisen, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke und achtet auch darauf, dass ihr Push-Up-Benachrichtigungen erlaubt. Sprich, dass ihr dann auch benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video kommt. Nicht nur bei uns, auch bei den geschätzten Kollegen aus dem Vintage-Flohmarktsektor, sprich die Trödel-Mama, Play the Stuff, Lonesome Retro-Gamer und wie sie alle heißen, damit ihr nächstes Jahr den Anschluss nicht verpasst. Was machst du denn mit den Sachen? Ich muss ganz ehrlich zugeben, die meisten Artikel hier an diesem Stand waren für mich böhmische Dörfer und den ganzen Artikel habe ich mir für den Schluss aufbewahrt. Und stellt euch das mal vor, in eurem Man-Cave, in eurem Toy-Room oder Games-Room oder irgendwas, diesen Artikel, den ihr ganz zum Schluss seht, da ein paar Mocks und Mips und keine Ahnung was rein, das ist doch Spielwarenladen-Feeling pur. Na, das ist so Toys-O-Us-Feeling. Könntet ihr euch das vorstellen? Tschüss. Bis dann.